Wunderbar, mal wieder im Comedy-Haus zu spielen und ganz viele tolle Menschen sehen jetzt schon hier in der ersten Reihe zum Beispiel diese Dame. Wie ist der Name? Karol. Karol? Sehr gut. Man fragt die Dame nie nach dem Alter. Darum, Karol, wie schwer bist du? Ist okay, musst du dich beantworten, ist kein Problem. Ich stelle noch kurz vor. Also ich bin 35... 75 Kilo schwer. Und bald 30. Ich gehe auf die 30 zu. Ich bin 29 Jahre alt. Das ist ein sehr kritisches Alter. Wenn man so bei mir im Freundeskreis schaut, kriegen alle Babys. Babys, Babys, Babys. Überall nur noch Babys. Und wenn man so auf die 30 zugeht und überall die herzigen kleinen Kinder sieht, muss man sich irgendwann mit der Frage konfrontieren, habe ich vielleicht auch schon eins? Seit ich mir die Frage gestellt habe, lebe ich in einer konstanten Paranoia. immer wenn ich zu Hause bin und es rufe, habe ich Angst, dass die nette Dame vom Bangkok Massage Salon Golden Hands genug Geld zusammengekratzt hat für einen Flug in die Schweiz und vor der Türe steht, mit so einem kleinen Knopf und sagt Happy Ending! Bis jetzt, Noni. Bis jetzt, Noni. Bis jetzt. Danke, danke. Oh. Danke schön, danke schön. Bis jetzt, Noni. Also momentan läuft alles noch gut und ich komme gerne auf das Götti-Meitli zurück, aber ich sehe mich gerne an eine Zeit zurück, wo das noch nicht so war, nämlich so in den 90ern, als ich noch selber ein kleines Kind war. Das habe ich grossartig gefunden. Ich bin ein richtiges 90er Kind. Also, alle hatten so farbige Kleider an, alle hatten so lustige Frisuren. Der DJ Bobo, der hat noch gerappt und noch nicht gesungen. Das habe ich sensationell gefunden, oder? Music is what I'm living for. Hit to dance, vielleicht A no more. Das ist so... Dankeschön. Ja, ja, dankeschön, dankeschön. Kuno Babo. Kuno Babo. Das Problem ist aber mehr gesehen, als kleiner Junge habe ich das natürlich noch nicht so richtig verstanden, also was der so gerappt hat. Gut, beim DJ Bobo kein grosser Verlust, aber... Es ist mehr so das Problem gesehen, dass man halt das Englisch noch nicht wirklich versteht und noch nicht richtig nachher sprechen kann, sondern nur so phonetisch. So... Kiki, zippy, flippy, whippy. Desen, losen, orn, whippy. Desen, ofen, lasen, no. Desen, lasen, lesen, no. Es war immer schwierig. Es war immer schwierig. Ein anderer Hit von ihm ist gesehen. Born is Sam to in paradise. Emotion. Inneralize. Irvination. Step the nation. Still a little over the nation. Das war immer schwierig. Aber eine Passage habe ich dann tatsächlich mal verstanden. Die ist beim Song There is a Party gesehen. Und die hat geheissen The way that I live has a big, big price. Sometimes I'm nice. Sometimes I'm ice. Mua. Also das ist für mich so. Für die, die den englischen Spruch nicht so mächtig sehen, kann ich ganz kurz erklären. So wie ich lebe, das hat einen grossen Preis. Manchmal bin ich nett, manchmal bin ich Eis. Das ist so eine Poesie auf neuem Level. So etwas würde heutzutage nur noch der Vuio sagen. So bei der Nacht der Rosen. Karol, ich muss dir ehrlich sagen, du bist eine super schöne Frau. Du hast eine super schöne Ausstrahlung. Auch von Ihnen. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, so wie ich lebe, sie haben einen grossen Preis. Und manchmal bin ich nett. Und manchmal bin ich ein Glossé. Und wenn wir es schon vor Bachelor's haben, das Fernsehprogramm in den 90ern, habe ich Weltklasse gefunden. Mein Lieblingssender ist auf RTL 2 gelaufen und die hat geheissen X-Faktor. Das Unfassbare. Da geht immer so ein kleiner Masseorgasmus durch den Raum. Das ist eine grossartige Sendung. Mit dem Typ von Raumschiff Enterprise, der so einen schönen Bart hatte und in einem Zimmer gestanden ist, mit viel zu viel Sachen drin, Jonathan Franks. Und der hat so ganz, ganz schlecht deutsch synchronisiert, hat auch mysteriöse Fälle aufgedeckt. Der hat so Sachen gesagt wie, war das wirklich ein Schutzengel, der diese Dame gerettet hat? Oder war das nur eine himmlische Lüge? Das habe ich grossartig gefunden. Heutzutage läuft auf RTL 2 leider nicht mehr X-Faktors und nur noch X-Diaries. Das ist so eine Sendung, wo Assischwurbel sich gegenseitig am mallorquinischen Strand anbaggern. Die sagen dann eher so Sachen wie, hey du, dein linker Oberschenkel ist wie Ostern. Dein rechter Oberschenkel ist wie Weihnachten. Darf ich zwischen Feiertagen mal vorbeikommen so? Ja, eben, ja. Obwohl, herrliches Lachen da drinnen. Das Aufziehen. Obwohl ihr es persönlich immer lustig gefunden habt, wenn eure Antwort gesehen wäre, wir haben immer Affen. Aber es ist nie passiert. In den 90ern musste man noch folgenden Satz sagen. Mann! Mann, hang das Telefon auf! Hang das Telefon auf! Ich bin im Internet! Und dann hast du sie schon gehört, Nummern eintippen. Mann! Hang das Telefon auf! Ich bin ein Song am Abeladen! Ich habe schon 75 Prozent! Geht nur noch dreiviertel Stunde! Das ist das andere Dilemma gewesen. Songs hast du ewig lang gebraucht, bis du sie mal abeladen konntest. Oder du musst sie noch kaufen. Hast du sie zum Beispiel an Sampler kaufen, oder? Das ist großartig, 40 Songs, genau einer ist geil. Oder so das Dilemma gehabt hast, wenn du im Ex Libris oder im City Disc gestanden bist. Und fandest du, kaufe ich jetzt einen Bravo-Hit 26 mit Lubega und Mambo No. 5. oder doch lieber der Dome 11. oder so das Dilemma? Das ist großartig, dass ich mich frage, ob ich noch ein Kind versteckt habe. Aber ich bin schon eine Stufe weiter. Ich bin immerhin schon Götti. Finde ich grossartig. Ich habe eine Götti-Mäutchen. Sie ist bald drei Jahre alt. Sensationelles Mäutchen. Ich habe mich mega Freude, weil man auch unglaublich viel lehrt. Ich habe ganz viele Sachen gelernt, die ich vorher nicht wusste, weil ich nie gross im Kontakt mit Kindern war. Zum Beispiel während der Schwangerschaft all die Abkürzungen, die es gibt. Zum Beispiel SSW 16 plus 2. Das ist die 16. Schwangerschaftswoche plus 2 Tage. Ich, als ich nicht in einem Militär bin, dachte ich, ein Arschbefehl oder so. Dann gibt es Mumie. Das ist Muttermilch. Dann gibt es Mookie. Mutter-Kind-Turnen. Dann gibt es noch Faki. Wenn man die Abkürzungen nicht kennt, kann es schlimme Missverständnisse geben. Irgendwann sagt der Vater zu mir, am Wochenende mache ich das erste Mal Faki mit ihr. Bei der was? Ja, nur die einfachsten Übungen. Sie kann sich ja noch nicht mal richtig festheben. Hoffentlich nicht. Wenn er dann noch angefangen hat, von anderen Kindern und Eltern in der Gruppe zu reden, bin ich ohnmächtig geworden. Aber man lernt auch sonst sehr viel. Zum Beispiel nach der Schwangerschaft, weiss ich erst seit ein paar Monaten, dass die Kilo-Angaben bei den Windeln für das Kind sind. Ich habe immer gedacht, wer macht bis zu 11 Kilo aufs Mal? Ich habe auch gelernt, was eine Götti machen muss bei einer Taufi. Richtig, nichts. Ich hatte einen riesen Stress. Ich war völlig verkatert. Am Abend vorhat ein meiner besten Freunde seit 30. Geburtstag feiert. Ich musste am nächsten Morgen, um 10 Uhr in der Kirche an diese Taufi gehen. Kleiner Tipp, wenn ihr jemals in diese Situation kommt, am einen oben ein Fest, am anderen Morgen irgendetwas in der Kirche, zum Beispiel eine Taufi. Sagt eins von beiden ab. Am besten Taufi. Dann kam er wunderbar ausschlafen, hat keine Karte, mich dort reingestresst, völlig verkatert. Er dachte, was muss ich alles machen? Das Einzige, was ich machen musste, ist einen Schritt führen und sagen, Jo. Das ist alles gesehen. Dafür habe ich dort meine Götti-Mädchen richtig ins Herz geschlossen. Es ist nicht, dass ich sie vorher nicht haben mögen, aber Kinder im ersten Lebensjahr sind noch nicht wirklich spannend. Du kannst nicht viel machen, lüpfst die Hand, geht sie wieder runter. Und dort hat sie zum ersten Mal ein bisschen Charakter gezeigt. Gerade als sie so's Weihwasser über den Kopf bekommt, überlegt sie sich ... ich glaub ich muss mir übergeben. Ich glaub, das mach ich jetzt auch. Dann haben sie das gemacht und ich bin da gesessen und hab gefunden, Jö ... Ganz der Götti. Within viel Spaß! Wir haben sonst in der Familie einen Hund, einen französischen Bulldoggen, Der Flickster, das ist ein ganz herziger, der Flickster. Und mein Vater und er, die sind super zusammen. Also der Flickster ist für meinen Vater wie der Sohn, den er noch nie gehabt hat. Das war fast die richtige Reaktion gewesen. Dankeschön für das. Das Problem ist, ich kann meinen Vater nicht mehr wirklich ernst nehmen, seit er der Hund hat. Früher hatte ich noch recht Angst vor ihm. Ich bin jetzt Autoritätsperson gewesen. Aber seit er der Hund hat, kann er nicht mehr wirklich ernst nehmen. Er ist erst recht keine Autoritätsperson mehr für mich. Weil wenn so ein mitten 50-jähriger Mann in seiner eigenen Stube so mit seinem Hund redet. Ja, du, 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 ja, 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 ja. Und sich am Boden herum robbt, ja, 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 ja. Können wir nachher gucken, ja, gehen machen, ja, ja, ja. Und der dann zu mir kommt und sagt, Sohn, solltest du mal an eine Säule 3a denken? Danke. Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber ein sehr lustiger Mensch, mein Vater, oft ungewollt lustig. Immer wenn er schwört, schwört er aufs Augenlicht von seinem Sohn. Ich sehe von Jahr zu Jahr schlechter. Und er behauptet auch, dass seine Glatzen, die er hinten am Kopf hat, das sind keine Glatzen, sondern ein Wirbel. Gut, stimmt auch, ein Wirbel dürfte von Jahr zu Jahr ein bisschen weniger. Aber der Flixter ist wirklich toll, ich habe sehr ins Herz geschlossen, das ist so mein Halbbruder mittlerweile. Und es wäre nicht vorstellbar, wenn da mal etwas passieren würde. Also wenn er zum Beispiel abhauen würde. Kürzlich habe ich recht Angst vor ihm, muss ich sagen. Mein Vater geht zu Nachtessen und wir haben so ein Ritual, der Flixter und ich. Wenn ich gehe zu Nachtessen, mein Vater wohnt im zweiten Stock, dann lädt die Leute und dann höre ich den Flixter schon. Wuh, 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 wuh! Und dann denke ich, super, er weiss, dass ich komme. Dann lebe ich die Stage drauf und er steht oben und bellt runter. Wuh, wuh! Und dann kommt er mir ans Bein und dann zeigt er, was ich spiele. Ich sage, super, hol es und dann wirf ich es und hol es. Ein Kabarett, immer dasselbe. Vor zwei Wochen gehe ich zu Nachtessen, Leute unten, ich höre den Flixter. Wuh, wuh! Und dann denke ich, super, der Flixter ist hier. Dann lebe ich die Stage drauf und der Flixter steht auch dort, aber falsch rum. Und ich denke, das ist irgendwie komisch. Dann bellt er irgendwie in die andere Richtung. Dann zeigt er ihm aber sein Spielzeug, kommt mir ans Bein. Ich sage, super, hol das Spielzeug. Dann rennt er in eine andere Richtung. Und ich denke, das ist auch komisch. Dann hat es zu Nacht gegeben. Wenn wir zu Nacht haben, dann kriegt er auch den Flixter zu Nacht. Dann muss man es um eine Ecke zu seinem Napf. Dann läuft er in die Wand hinein dort. Und das Problem ist auch, bei meinem Vater gibt einem Flixter immer Rindfleisch, obwohl er nicht darf. Der Flixter ist allergisch drauf. Und mein Vater manchmal, wenn er so am Kochen ist, findet er da noch ein kleines Stückchen Rindfleisch für dich. Dann sind wir zusammen zu Nacht essen und sage ich, los jetzt, mit dem Flixter ist echt irgendetwas nicht in Ordnung. Gibst du ihm irgendwie Rindfleisch, obwohl du nicht darfst? Und dann sagt mein Vater, nein nein, nur Hundenfutter. Ich schwöre es, bis ihm auch geliecht, nur Hundenfutter. Ja, das war einer zum Schluss. Vielen herzlichen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Tschüss!